Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von... Update liefert dir kompakte Infos zu aktuellen Trends aus der Welt der Technik. Dieses Mal unter anderem Lichtfeldkamera Lightroom, Bildbereiche im Nachhinein fokussieren, sechs Online-Videotheken im Test, welche ist die richtige für dich? Und Apps rund ums Fotografieren und Filme machen. Bleib auf dem neuesten Stand bei Update.